Aber das ist die beste, die ich kenne. Sagen wir mal, es ist so. Da sind Niki und Niki der beste Spieler von Deutschland und die beste Spieler von Deutschland. Und die sitzen so im Schweizer Gehör. Die Liste hier. Power-Cup. Wurde, was du mit Papsthörder gesagt hast? Wahrscheinlich nicht. Hat er angeguckt? Du hast selbst eine Runde erwartet. Er spielt, er ist jetzt Flacco-Main mit seiner neuen Frame-One. Mit seinem Brecht-Angle. Er ist jetzt Brecht-Angle-Spieler. Er spielt, er spielt, er spielt, er spielt, er spielt. Konzi ist das mit Coaching? Mit Set-Coaching? Ja. Er ist sogar Tournament-Organizer. Der kann die Regeln bestimmen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020